Drei Tore, zwei Vorlagen, zwei Rettungen. Bodo ist on fire. Der Wulf ist eskaliert, muss ich sagen. Achso, ich? Oh, alles gut. Ich hatte zwei Tore und drei Schüsse. Stimmt, drei Tore, zwei Vorlagen, zwei Rettungen für... Huch! Ja, Kevin wollte Leistung. Ich hab selber drei Tore geschossen, lass mich hoch. Ja, okay, komm. Riechen. Und eins schöner als der andere, ich erinnere mich nur an meinen Eber. Ja, der Eber war schon lecker. Naja, was soll's, ne? Geht's halt auch die Tasse ab. Also, ich geh's jetzt los, oder was? Jetzt geht die Meisterschaft los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Erstmal, ich fette so auf, Manni, ist voll brav. Oh, boah. Sorry. Sorry, ich schwitze gar nicht mehr so viel. Riecht quasi streng, oder? Ihr müsstet mal, äh... Ihr müsstet mal ernst haben. Wie heißt dieser Laptop? Ist der Wahnsinn, was denn? So heiß, dass man gleich die Kleine... Du sollst dir auch nicht zudecken. Ne, der ist ja leider... Der ist ja nicht zudecken. Wer ist jetzt Zester? Mann, Mann, Mann. Der hat sogar so'n Lüfter drunter, weißt du? Ja, gut. Aber wenn du den dann auf ne Decke stellst, macht das nix. Steht nicht auf ne Decke. Dann werden wir ja jetzt Carys Super-Win-Quote mal reduzieren. Nein! Boah, Bruno, Arsch. Hauptsache, der war nicht drin. Bodo, das ist die falsche Richtung. Ja, ich weiß. Mann, ich hab keinen Bus zum Abstauben. Scheiße. Ich fahr einfach alle meine Spielkameraden an. Läuft. Bodo und seine Spielkameraden. Bodo, die alte Drecksack-Blase da. Was macht ihr denn da hinten? Wer ist eigentlich Zester? Wer fehlt denn da noch? Cari? Sie tritt grad bei. Zester hat das Match verlassen, na dann. Einfach Zester, einfach mit dem Rage-Grid. Hat keinen Bock mehr auf Team Bodo. Dacht ich auch so, einmal mit Profis. Oh. Oh, nee. Genau drunter her. Wie her? Her? Nein! Mann! Es ist immer noch drunter durch und nicht her. Das heißt ja auch nicht, wo geht's denn da her? Ja. Gut, dass der Bodo es dem Blondi heute nicht erklären muss. Schluss. Nein, danke. Dürft aber auch wenn nur Bodo, weil man lässt sich ja vor einem Pari... ...hochdeutsche Grammatik beibringen. Komm Jungs, das Tor ist frei! Hey! Was macht ihr denn da für Spielchen? Jetzt kommt schon! Nein! Und dann perfekt! Ich glaube es hackt, ey. Verdammt, Mann. Ich hab keinen Boost. Bodo, du brauchst Boost. Oh oh. Boost. Oh fuck. Alter, werd dir eigentlich diese schwule Regenbogen-Spur? Ich? Keine weiteren Fragen. Oh, ab. Ach du Pimmel, das war mein Boost. Vor allem, warum schubst du Bodo denn da noch rein? Das war vor allem mein Boost. Oh, jetzt hab ich... Das war mein Boost. Kacken sich schon am eigenen Team. Immer. Jetzt mach den doch rein, danke. Oh ja, ich war gerade abgelenkt. Von wem? Mein Controller hat hier manchmal so ne Macken und macht dann die Punktanzeige nicht weg. Der muss sich einmal übergelenken. Das ist ja seine Xbox-Controller. Da bin ich mal bei ihm zu Hause rum. Spiel doch mit Tastatur, da passiert das Ding. Richtig. Die Pros spielen immer mit Tastatur. Da bin ich raus, ja. Jetzt rastet mein Controller hier gerade aus. Es gibt einfach nicht zu wenig Boost hier auf dem Feld. Das ist nervig. Herr Wolf, ist okay. Sind sie jetzt alle Rocket Labs verwöhnt? Stark! Stark! Das war noch stärker. Hilfe, Controller, eskalier. Und dann haut der mich weg. Kommt in die Mitte. Ich glaube nicht, Vodo. Oh Mann, warum geht denn jetzt immer die Punkteanzeige an? Ist das nervig hier. Oh, Wolf! Warum hab ich denn so links, Alter? Das film ich gar nicht. Wurde ich da gleich schon wieder das Auto wechseln? Hehehehe. Ja, du spielst eindeutig zu oft mit Wolf im Team heute. Ich spiel hier auch unter erschwerten Bedingungen. Und wie die da wären? Mit seinen eigenen zwei Händen. Mit seinen eigenen zwei Händen. Ja, ihr habt hier auch so einen Rowdy im Team. Das ist auch Quatsch hier, ey. Stark! Stark, Weltmeister! Ich starte lieber das Spiel, das geht mir auf den Sack. Okay, und kriegst du keinen Bock mehr, Ragequid? Ja, wenn ich irgendwelche scheiße Legs hab, macht das keinen Spaß. Halt mal Skype aus. Hier lag gar nix. Was hat das mit Skype zu tun? Wir sind so gut angefangen. Hehehehe. Bodo, hast du was anders erwartet? Und dann ist es irgendwie ein bisschen... Ja was, Bodo, was? Hä? Sonst kann ich hier nicht so einen geilen Dive machen. Guck mal mit deinen Dives. Wenn ich jetzt Boost hätte, ne? Ich hätt' dich so zum Bodo ge-crasht. Ja, aber Rocket League ist auch kein Sport der Konjunktive, Bodo. Yes! Habt ihr gerade selber euer Tor verschossen? Ja. Ja, weiß ich nicht, wer da wieder meinen... Ich hab trotzdem einen Beschreibungsschlag dafür bekommen. Einen genialen Torschuss der Versau... So, da war doch einer hinter. Ja, Kari ist doch, äh, Khan. Ach so. Quasi Khanani. Ne? Karikan. Wow, der Bodo. Ja. Oh, oh. Oh. Hey, manchmal hasse ich auch dieses Spiel, ne? Hehehehe. Gib zu, Bodo, du liebst es. Hm. Wofür man mir da jetzt auch immer eine Parade in den Arsch gesteckt hat, aber nichts wird. Sei froh, ist gut für deine Statistik. Au, zu Null. Wer ist eigentlich eingesprungen für den Chris? Keiner, ne? Ich bin noch gar nicht raus, nach dem Spiel. Ach so. Ich muss gleich noch Statistiken screenshotten. Ja, richtig. Nein, bitte nicht. Oh, da ist da noch so ein hässlicher Weltmeister. Kein Leid, bitte. Komm, halt ihn ab. Sieg! Errungenschaft freigeschaltet. Familie, keine Freunde. Mach okay und Familie. Ich weiß nicht, was ich jetzt der wertvollste Spieler war. Ich hab keine Ahnung, Manani. Frag ich mich eh, du hast eine Vorlage mehr, aber so viel mehr Punkte. What the fuck? Ja, komisch, ne? Ja, ist ein bisschen komisch. Vor allem der Weltmeister hat auch eine Rettung mehr. Hat aber weniger Punkte. What? Da ist doch Zauberei im Spiel. Papa steigt jetzt erstmal in den Venom. In den Venom? Ist jetzt der Chris aber dann auch direkt wieder drin? Moment, ich muss mal gucken, was hier nicht stimmt. Ist ja kein Problem wieder reinzukommen, wenn jetzt nicht mal irgendjemand das Passwort erraten hat. Diesmal wohl nicht. Diesmal selbst mit Tipps kämmen. Eher keiner drauf. Obwohl es eigentlich fast schon wieder offensichtlich ist. Aber nur fast. Ich mach mich mal als Torwart. Mach das. Mach dich mal. Der Weltmeister ist schon wieder mit mir im Team, dann kann ja der Weltmeister heute seine Siegquote ordentlich nach oben kurbeln. Da hat Arroganz, ja. Was sind denn hier die ganzen Spieler? Das kann nicht eigentlich in das Thema verschwinden. Was für Spieler? Raya. Raya! Aber bitte... Ja, was? Raya, du Arsch! Wer ist hier schon wieder am Raya'n? Nee, richtig. Bitte nicht Raya'n. Aber Raya ist ja gar nicht mal so schlecht gerade. Oh! Da war noch so ein Vulverutz dazwischen. Ja, und der Wutzt sich jetzt hier gleich mal... Naja, der hat daneben gesetzt. Boah, das ist der Scheiß. Boah, gefühlt müsste ich eigentlich meinen Laptop mal neu starten, aber... Ist jetzt schlecht. Dauert das so lange? Ja, ein bisschen dauert das schon, ne? Warum lag das denn jetzt auch bei dir? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht liegt es auch am Internet oder so, keine Ahnung. Kommt in die Mitte! Ja, dein Ding ist übel, der ist 124. Ja eben, was soll ich wie der Wolf? Ich weiß es nicht, es macht auch keinen Spaß so zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist ja okay, der startet halt einfach neu. Ja, dann muss ich meinen Router oder so neu starten. Oha, dann sehen wir dich um 21 Uhr... Ah ne, ist er schon wieder. Scheiße. Wir können auch den Dings hier, den Raum neu aufmachen, dann kommen wir auf einen anderen Server. Vielleicht ist es dann besser. Immer diese Props. Ey! Irgendwas ist da grad total explodiert. Ja, für das, dass es laggt, kann er mich aber ganz schön gut töten. Ja, ich fahr einfach und treff einfach alles. Einfach Garzongas. Bang! Schon wieder irgendwas tun. Hahaha. Ich hab Kari zerstört. Das freut den Bodo. Da hat Volley-Treffer. Was hast du denn da gemacht? War geil! Ich auch nicht. Von der Wand. Das sah nicht physikalisch korrekt aus. Bestimmt. Dann sollten wir auch für ein Rocket League zu spielen. Na? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du Weltreister-Sau. Gute Vorlage von mir auf jeden Fall. Ich dachte schon, den macht ihr nicht. Ja klar, also. Du hast mich voll gebremst. Kari hat bei Banani auf die Bremse gedrückt. Ja. Er hat quasi die Handbremse hochgezogen. Ja, oh, bitte nicht. Am Knüppel. Ja, ja. Du kannst immer so schön bildlich sprechen. Ja, das ist echt so. Sehr gerne. Aber es war Spider-Kar, richtig? Nein. Jetzt weg damit, weg damit, lass die Kari nicht zum Schuss kommen. Oh, das, nee, lass mal. Oh, wie kann man das eigentlich? Müssen wir das eigentlich zum Banani sagen? Äh, ja. Gut. Ne? So, und jetzt hauen rein. Odo! Mann, 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 Mann. Ach, scheiße. Wow. Für wen? Für wen? Ja. Ja, sagt er. Gegenwand passen die Mitte? Nicht ganz die Mitte, die ich wollte, aber dann stoppe ich mir den Ball einfach selbst und dann werde ich geschubst schon wieder. Wahnsinn, ey. Fuck. Ich sag, ich park auf den Bodo. Was auch immer der Papa da schon wieder gemacht hat. Boom! Ich bin halbwegs rückwärts gefahren, aber hab den Ball nicht richtig getroffen. Der Wulff stochert rein. Ja, ich stochere halt gerne. Ja, that's what whoever auch immer gesagt hat. Oha, der Kretz. Alter, was für ein Waut, sie heult da denn im Hintergrund. Fuck. Ich hab Fenster auf hier. Hier bellt halt ein Hund. Uuuuuh. Da hat doch irgendjemanden subscribed gerade. Bei mir im Fenster. Genau, bei mir im Fenster subscribt einer. Das ist ja gruselig. Ja, geile Idee. Ja, schreibst du dran, Subscription 499 und dann? For only 999. Oh, bitte. Bitte nicht. Wir machen noch eins, wenn Karin nicht ganz so richtig ist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey,éri tirar, du, oh, 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 oh. Wahnsinnstor. So unnötig. So unnötig. Da stand ich nicht richtig. Hauptsache die ganze Zeit beschwerend dass er Lacks hat, aber die ganze Zeit spielen wie jemander Gott weißt? Ja, guck dir mal meaning, guck dir mal meinen Pings an, indem man ist... Guck dir mal einen Pings an. Ein hunderter Leck? Hätte ich beim Daten ganz auch gerne. Du, hunderter Leck? Ja. Nehme ich wohl. Oh nein, nicht dein Ernst. Gott sei Dank. Weltmeister, wenn du mich nicht ständig gegen den Ball schleudern würdest, dann würde ich die noch nicht in irgendwelche Richtungen lenken. Obwohl, hau ab. Na, warum? Weil ich abstauben muss. Oh, wie er es wirklich tut, David Bodo, ey. Hallo? Das zählt wenigstens noch als Vorlage. Ja, natürlich, du hast ja auch Kevin angeschossen. Ich hätte den wieder mit Pfosten gemacht. Aber ich wollte den sicherer anmachen. Mach mal so. Ist noch Zeit. Victory! Vorne rein lass den.